Herzlich Willkommen bei unserer Weihnachtsfeier, diesmal in einem etwas anderen Rahmen. Wir wollen wieder mal erleben, wie viel wir eigentlich sind. Ich finde es wirklich schön, das erleben zu können, was es bedeutet, wenn wir zusammenkommen. Wir, nicht irgendwer. Wir. Das ist einfach einzigartig. Es ist mir eine Freude und Ehre, mit euch gemeinsam die Aufgaben umzusetzen. Ich danke Ihnen für die Gemeinschaft, die uns so stark macht. Somit wünsche ich Ihnen eine besinnliche und gesegnete Weihnachtszeit. Und ich wünsche Ihnen alles Gute im neuen Jahr. Wir werden zwar nicht die ganze Welt retten können, aber ein gutes Stück zu Ihrer Rettung beitragen. About Dage. Number 5. Let's bow heute noch mal und gut schön, das bleibt mir viel dominante. Vielen Dank.